Mein Name ist Henrik Oyo, Client Sales Director Deutschland. 95 Prozent unserer Kunden nutzen bereits die OCA-Erkennung für die Belegerfassung, aber das ist nicht das Thema heute. Ich will Sie auf unsere Solution Extensions hinweisen, in denen wir 15 häufig gestellte Fragen sehr, sehr kurzweilig beantworten. Klicken Sie einfach auf den Link. Viel Spaß dabei! www.feyyaz.tv